Ja, das ist schön. Im Frühling, oder? Im Frühling, oder? Ja. Im Winter wächst es wahrscheinlich. Ja, es wird noch länger jetzt, ja. Also so Ende April, Anfang Mai. Ja, und das macht nichts, dass das Zeug da drin ist. Das holst du noch aus, oder? Ja. Das holst du noch aus, oder? Ja. Es ist ein ganzes soziales Tier, das hat sich schon so im ersten Jahr, wie wir es gehabt haben, herauskristallisiert. Wenn wir andere Tiere behandeln, dann kommt sie und schaut wohl, ob das alles in Ordnung ist, und drängt sie uns auf weg. Ja, also, beschützt sie. Ja, wie bei alle anderen Tiere, ob das Katzen Hunde sind, oder was, gell? So unterschiedliche Charaktere. Ja. Ja. Ja, jetzt kommt, jetzt, jetzt muss ich nur die Worte. Du, du mich nicht anspucken. Ja. Ja. Nichts anspucken. Ja. Jo. Du? Du? Ich würde mich nicht produzieren.